Ich habe alles getan, was ich tun musste, um sie zu schützen. Manchmal ist es nicht genug. Schauen erstmal nicht nach dem Material. Nimm eine Ohrfeige, verteilen nicht. Dann wird er noch wach. Dann haben wir noch die Probleme. Nicht, wovon ich suche. Okay. Darin. Hä. Ähm, wir nehmen uns aber trotzdem mit, ne? Nehmen wir trotzdem mit, weil, äh, ja. Erstmal auf uns selber schauen. Bingo. Aber sonst noch was? Was ist da unten? Ja, das können wir vielleicht später brauchen für Clementine. Haha. Äh, sehr gut. Für ihre, äh, ja. Blutungen. Ja. So. Ähm. Clementine. Ja, das war vielleicht... Helft dir, helft dir, handeln. Kate will, take care of you. Äh, ja. Das war, äh, super. Okay. So ein paar Binden, um die Ohren, knallen und hey, das wird dir helfen. Was für ein Body, ne? Wow. Ohohohoh. Look, I know I'm probably not the best person to talk to about that stuff before. You weren't that bad. Thanks for, you know, being here. Basically, all this means is you could become a mom, if you wanted. Funny. I already felt like a mom. Even Ava would have to admit, I was a good mom to AJ. Und wir gehen zurück in die Vergangenheit. Mit Eva und Clementine. Und da war AJ noch bei uns. Oder nein. Nein, AJ war schon nicht mehr bei uns. Das sieht, äh, so aus, als wäre es nach, dem wir verstoßen wurden. AJ ist bei der Gruppe geblieben und wir sind alleine unterwegs. Und, äh, sind wir da wieder in der, in der Hütte, wo wir Eva kennengelernt haben? Ich weiß es nicht. Wer ist da? Woher ist da, Clem. Es ist nur ich. Was du willst, Clem? Ich bin wirklich glücklich, dass ich dich gefunden habe. Ich bin wirklich glücklich, dass ich dich gefunden habe. Clementine, ich weiß, dass das schwer ist. Oh ja, ne Flasche Wein. Was ist denn da alles mitgenommen? Was war das, bitte? Wasser oder was? Oh, ein Schokoriegel. Jetzt nehmen wir das alles raus und tun das wieder da rein, oder? Das ist ein bisschen sinn-, sinnfrei, ne? Und ne Karte. von AJ. von AJ. von AJ drew es genauer als ich, abhin du... von AJ drew es genauer, weil du... von AJ drew es genauer als dasselbe. Wenn es tut sich falsch fühlt, dann kann es auch die Leute versuchen, die richtig tun zu machen. Es ist gefährlich hier. Und jetzt, du... du bist schäuert. Whatever du machst, du kannst du was passiert. Du musst dir ein Level-Head halten. Plan nach dem Schluss. Du bist stark, aber das wird dir nicht weit weg, wenn du weißt, was du machst. ... oder wo du gehst. Ich werde mich immer noch mitbeugnen. Ihr habt mir keine andere Wahl. Es ist nicht Zeit für das mehr, Clem. Ihr Fokus muss auf dich jetzt sein. Das ist alles, was du kannst. Für mich, zu bleiben, es ist immer darum, zu finden Menschen, die ich mich verletzt, so viel wie sie mich verletzten. Das ist das die neue Frontier. Eine Säge-Line. Das hat mich zu fühlen. Das hat mich zu verdienen. Das hat mich zu gehen, in den schlimmsten Zeiten. Du findest dich. Ich weiß, du will. Das hat mich zu sehen. Ich habe jemanden, oder etwas. Sie sind da. Ich hatte Lee. Du hast ihn nie gehört. Er hat mich für einen Moment genommen genommen. Every time ich mich auf AJ, ich konnte ihn in meinem Kopf hören, helfen mir, gucke mir. Er ist noch mit dir, du weißt. Hier. So ist AJ. Das ist Lee. Wir sind gleich hier, verletzten von absolut hell. Du und A.J. waren ein Licht in der Dunkelheit. Hoffnung für ein besseres Welt. Das ist jemand, du bist. Ich versuche mir, du niemals verlierst du das Licht. Bitte. Das ist das, was dich special macht, Clem. Okay, ich versuche. Du bist ein schwerer Kind. Nicht verändern. Ich muss zurück, bevor jemand bemerkt, dass ich weg bin. Remember, dass du jetzt auf dich steigst, Clem. Und wenn du ein bisschen mehr Unterstützung brauchst, da ist ein altes Flugzeug, über zehn oder so miles nach hier. Prescott. Es gibt gute Leute da. Ich bin sicher, dass sie dir helfen können. Ich freue mich, dass du hierher bist, Clem. Ja, Eva ist ja schon ganz gut. Die ist ganz gut, die ist ganz cool drauf. Die ist ein eigenwillig, aber die kann ja, die muss auch schauen, dass sie ihren Platz findet. Wenn sie sich da völlig gegen die Gruppe gestellt hätte, dann wäre sie auch aufgeschmissen gewesen. Es gibt Dinge, die ich hier leben muss, um zu tun. Also? Was denkst du? Hast du fein gemacht. Da ist er ja. Ich glaube, dass du in einer Köln mit David steigst. Ist er eine Chance, dass er rauskommt, auch? Ich liebe mich zu denken, was Joan könnte sie tun tun. Despite all her plästerties, sie ist eine kruelige Frau. Es gibt eine Chance, aber ich weiß, wie gut es ist. Sie verabschieden uns, und ich weiß, wo sie sie verabschieden. Figures. Sie sind alle ein bisschen unter deren Fuchtel, ne? Ich weiß, dass er das gleiche ist für mich ist. Wie ist es, wenn David rauskommt? Er hat das, was er zu ihm kommt. Wenn du das denkst, du nicht wisst, David. Ich weiß, er ist der Grund, warum ich A.J. Als A.J. erger, David war derjenige, der aufsteigte, hat er eine persönliche Verantwortung für das Kind. You say that like it's a good thing. I really doubt he was a positive influence. David's the reason the kid's better off now than he's ever been. You can be as mad as you want. Not how, not how things panned out. The fact of the matter is, David's been good for A.J. Among others. Clem is A.J.'s family. No kid is better off when you break their family apart. Maybe you're right. Maybe A.J. should be with Clem. All I know is that he's better than he was when he got here. No thanks to you or David. I stand by what I said. If David's taken such good care of him, why did he tell me to ask you where A.J. is? That's what this is about then. You want to know where the boy is? Ja, ganz einfach. What do you want? I, I just want to die. I, I want you to inject this into me. Hang in there. Tomorrow's another day. I, I can't. When your brother found me, he, he got me to care about everything I'd given up on. My life. Other people. Even this goddamn place. Without him around. I don't want to care anymore. But he still lives. Just tell me where he is. Then you won't have any reason to do it. Javi, I have to know. I've been looking for too long. I can't do it anymore. I can't lose him now. Nein. Then we'll find him also. Ach so. Ich töte den nicht für eine Information. Mach ich nicht. I'm sorry Clem, we can't do this. No, I have to. If you won't, I will. Clem, stop. He's not in his right mind. You can't do this. Let go of me. I'm taking the deal. We'll find AJ. Just not this way. There is no other way. Where is... You can consider the deal. Oh. No. Javi. How could you... Also Clementine, bitteschön. Nee. Also da steh ich dazu. Nee, nee, nee. It's your funeral. Especially now. Now that Joan's rounding up all alleged traitors. You better hope she doesn't find you. Hang in there, buddy. Oh, hey. Hi, Clementine. Surprised to see you here. Yeah. Right back at you. You all good? Yeah. We're all set. Let's roll. Good to see you. Bobby, you're back. Jack. And Clementine. Thanks for the warm welcome. Just surprised to see you is all. Oh, hell. You okay? Yeah. It looks worse than it is. Don't worry about it. Kate's lying down in the other room for a bit. So you got the guns, huh? We got them all right. One for you and one for you. I saved this one for you. No, I've already got one. Actually, it wouldn't hurt to have another. No, this life. What took you so long? We went to see Dr. Lingard. At night? I'm kind of surprised he was sober. It's gotta be a stressful job. Looking after an entire community. The guy's clearly an addict. He was destroyed when we got there. It would be sad if it wasn't so reckless. It's pathetic is what it is. Why don't you go talk to Kate? Okay? Okay. The sun will be rising in a few hours. Joan's people know we're holed up here. And they're gonna come looking for us. All of us. Ah, for fuck's sake. Maybe it's not as bad as we think. Fucking figures. And there's no going anywhere with those things blocking our exit. If they like me, that has to help somehow. Just because they like you, doesn't mean they're gonna like the rest of us. We're sitting ducks up here. We can't just wait around here to get shot. That's for dissing. Die reden alle durcheinander hier. Hey, we can do this. Yeah. We've gotten out of tougher jams before, haven't we? I mean, sure. But this is different. We can't just cut and run. Not with the herd out there. Like it or not, we're fucking stuck in Richmond. Now how the fuck are we gonna put the brakes on this thing? Joan and her people are going to be at the square, right? We need to bring the fight to them. We go after Joan. Our problems are solved. Great. So, how do we do that? It's a good question. Joan will probably have a full security detail with her. She'll be insulated. From us and from anybody in Richmond who doesn't agree with what she's doing. If there are good people left in Richmond who are against what Joan's doing, we need to ask for their help. If we can talk to the people at the trial, present the case to everyone in Richmond, we might not have to do this on our own. We light the match. The people do the rest. After we take Joan out, we're gonna need some way out of this mess. I don't know about the rest of you, but I'm not much of a runner. We've got a truck. A big one. That we used to use for walker defense. It's a little busted up, but... It's way better than nothing. People are gonna be patrolling these streets looking for us. How far away is this truck? I'll show you. We've been expanding. Pushing out further. Making the safe zone even bigger. Can't promise you they've cleared all the walkers yet, but... That's where the truck's parked. I could spit and hit it! We steal that thing, nothing will be able to stop us. Steal what? Hey! Jesus, Javi! Is that blood on your shirt? Yep. You said it wasn't that bad. It isn't. How the hell did this happen? Clem hat Blutungen und ich hab Blutungen. So sieht's aus. You should have told me, as soon as you got in. It's not deep, it's just... Bled a lot. Besides, it's already taken care of. Clementine sold me up back at the doctors. You still didn't answer my question. What happened? He got stabbed, okay? By one of the guards. I thought you knew what you were doing. You're still alive, aren't you? Eleanor, can you take a look at this? As long as he keeps it clean, it should be okay. Would you guys stop making such a big deal about it? It happened. It's over. Move on already. I'm just trying to make sure he's okay, Gabe. What we need to be talking about is the plan. Oh, I have a bunch of ideas. I want to be the one to go after Dad. Just give me a gun and I'll do whatever. I know the town. I know what Dad's going to be thinking. Hey, 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 hey. Slow down, would you? You're getting way ahead of yourself. Who's to say you're even coming along, kid? Are you fucking kidding me? Ugh, this is bullshit! I'm not staying behind. Gabe, take a breath. He's my dad. I'm going. It's going to be dangerous out there. And I don't want anyone else getting hurt. If we get to save Dad, then getting hurt is worth it. It's worth dying for. This is more important to me than anyone else. I've got a gun and I know how to use it. You're out of control, Gabe. First the shit at the armory, now this? How am I supposed to trust you to do anything? How are any of us? Nobody here is going to let you be a martyr, Gabe. Your life is precious. Life is precious? Then how come you shot Conrad, huh? Back in the tunnel, when he came after us, he tried to bargain with you. But you thought killing him would be easier. I saved your life too, in case you didn't remember that part. So what? You shot him. You killed him. What the fuck, Bobby? Is she telling the truth? You murdered my friend? What the fuck did you do that for? You looked me in the eyes, man. He had a gun on them. If I hadn't killed him, he was going to shoot Clementine and Gabe. He's telling the truth. When Conrad found out that I used to run with New Frontier, he went crazy. He would have pulled the trigger. No question. I guess we'll never know, right? Because he's not here to tell his side of things. You made sure of that. Looks like you're a pretty fucking dangerous person to be around, Bobby. First you kill my friend, then you get me and my friends on Joan's shit list? I think you need to give us some space, Bobby. Fuck that. I don't want to see you ever again. Well, maybe I'd be better off with Joan. At least I know she wants to stab me in the back. You get the fuck out and you stay gone, or I can't be held accountable. You feel me? We can take care of ourselves. I'm sorry it happened the way it did. Really. Conrad wasn't a bad guy. The situation was just... Just fucked. We better go get that truck. I'll get my stuff. Then call you on the walk when I see things getting started in the square. Hast du gut gemacht, du kleiner Schnösel, du verdammter. Immer groß die Fresse aufmachen, diese Teenager. Da könnte man links und rechts mal eine watscheln. Da könnte man links und rechts mal eine watscheln.